Die Tür geht auf. Die erste Person, die reinkommt, ist sie Marie Kinski. Ich war wie versteinert. Ich habe mich Hals über Kopf in sie verliebt. Mit 15. Und sie war 20. Also, schon schwierig. Viele sind beruflich, politisch sehr erfolgreich, aber privat vielleicht weniger. Ich habe Windeln gewechselt. Ich habe mich um die Kinder gekümmert und Flasche gegeben. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, weil die Zeit mit uns ihm persönlich viel bedeutet und Spaß gemacht hat. War immer unterhaltend mit ihm.